Level 3, Minus 126, Listl, Zwiefacher und Walzer. Dieses Lied habe ich geschrieben für die Bucher Seitenschinder, einer Musikgruppe aus Bucher Merlbach. Hier in einer gekürzten Form für Musikunterricht. Das Lied ist ein Zwiefacher und ein Walzer. Das heißt, im ersten Teil kommt vor ein Dreivierteltakt, dann ein Zweivierteltakt im Wechsel. Im zweiten Teil ist es ein reiner Walzer. Das Lied ist normalerweise drei Seiten lang, hier eben gekürzt auf eine Seite für den Musikunterricht. Was ist ein Zwiefacher? Ein Zwiefacher ist das gleiche wie in der Popmusik oder der klassischen Musik. Da nennt man das Polyrhythmik, also viel Rhythmus in einem Lied. So etwas gibt es hier wieder einmal, einen Wechsel zwischen Dreivierteltakt, Zweivierteltakt, Dreivierteltakt, Viervierteltakt, Sechs, Acht, je nachdem was gefordert ist. Wir haben jetzt einen Dreivierteltakt und einen Zweivierteltakt. Ich beginne mal ganz langsam die erste Zeile. Eins, zwei, drei. Jetzt kommt der Wechsel auf Zweivierteltakt. Eins, zwei, eins, zwei. Ich sing's mal mit Text. Eins, zwei, drei. Jetzt das ganze Lied, ihr könnt mitspielen. Zunächst langsam. Eins, zwei, drei. Xaver Listl war sein Name und er hat's gemacht mit Ränen. Er war Musikant, hat gespielt, chill, kein Trompett. Und die Klarinett hat gespielt, zu manchem Hochzeitstanz. Hochzeitstanz, ho, sa, sa, tra, di, va, im ganzen Schiene, bei, jen, lan, tra, di, a. G'saver Listl war sein Name und er hat's gemacht mit Ränen. Er war Musikant, hat gespielt, cello, gang, Trompett und die Klarinett. Hochzeitstanz, ho, sa, sa, tra, di, va, im ganzen Schiene, bei, jen, land, tra, di, a.